Mit richtiger Kommunikation bedeutet, alle Sinne zu schärfen und sich dann selbst so zu justieren, dass ich alles erreichen kann, was ich erreichen will. Das ist das Ziel. Das heißt, Emotionen hörbar machen, spürbar machen. Der Workshop hat mir sehr gut gefallen, weil ich jetzt auch ganz neue Aspekte der Kommunikation kennengelernt habe, diese auch umsetzen werde in meinem Alltagsleben. Wenn jeder das umsetzt, was er jetzt hier gelernt hat im Workshop, dann hat er schon eine ganze Menge, was er mitnehmen kann. Ansonsten darf er sich auch gerne wieder an uns oder an mich wenden und noch mehr davon bekommen. Raus aus der virtuellen Welt und rein ins reale Leben!